Jeeha! Ich bin auf... Ich will jetzt mal Slappy runter. Ja, why not. Ich kenn mich sowieso nicht aus auf der Karte, also daher. Geh mal in Slappy rein. Spring raus in 3, 2, 1... Boop! Meine Nase ist schon wieder irgendwie zu. Immer morgens. Okay. Was ist das? Öfter morgens? Also öfter morgens oder immer morgens? Nein, jeden Morgen. Ich klinge morgens eh immer so, als wäre ich erkältet. Ja, das stimmt. Das ist mir auch schon ein bisschen aufgefallen. Da hast du recht. Da hat er recht, hat er. Wie soll ich so weit da vorne? Naja, weil ich früher abgesprungen bin. Jetzt weiß ich wieder wie... Jetzt weiß ich, wie es den anderen geht. Warum die immer fragen. Warum bist du denn so weit vorne? Aber wenn Phil mitspielt, dann ist er auch nur 5 Kilometer voraus. Ich bin ziemlich früh abgesprungen, muss ich sagen. Rechts in dem Fabrikgebäude sind immer Überwachungskameras. Ah, das ist die Stelle, wo wir doch letztens waren mit Brina. Ja, 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 ja. I remember. Da wirst du gesehen auch von anderen Spielern und die NPCs greifen dich an. Oh, really? Ich will auf das Dach. Und ich hin. Und ich höre die schrubbeln hier raus. Oh, da bist du, okay. Scheiße, wir kommen hier wieder runter, ohne mich zu verletzen. What do you mean? Oh, hier. Okay. Du kannst Wände einreißen. Stimmt. Da war ja was. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, beim Gebäude trägen überall. Ich habe eben auch viel Staub im Schlafzimmer. Schlafzimmer ist eine Katastrophe, was Staub angeht. Ja gut, das ist wegen Bett und alles, ne? Ich lüfte hier regelmäßig durch und alles. Ja, hier liegen halt auch die ganzen Klamotten in dem Schrank rum. Hm. Ich habe keinen Krank. Ich habe bis jetzt noch keinen Trank gefunden. War hier nicht ein LKW irgendwo? Hier ist noch ein LKW, glaube ich, irgendwo. Ich habe einen gesehen gehabt. Ja, auf der Brücke steht er. Ja, eben hier bei der Tankstelle. Aber hey, das ist... What the fuck? Wer schießt? Ich. Kommen! Kommen! Nice. Ja, auf der Brücke, Alter. Ich war nicht der, auf den ich geschossen habe. Das war nicht der, auf den du geschossen hast. Okay. Dann lass doch mal hier reingehen. Mal Hallo sagen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Come on. Stop that. Ich renne so schnell am Zeug vorbei an Neri, da finde ich es eh. Das sehe ich nicht alles. Kenn ich. Meine Aufmerksamkeitspanne bei sowas ist... Null. Sehr gering. So, was haben wir denn? Tankbarer Insasse. Hilfsmittelspäne. Nö, wieso. Der ist wohl weg. Scheint so. Ich bin doch noch. Was ist eigentlich Zone hier? Okay. Ich glaube, ich mache die Mucke aus. Dann höre ich auch was. Ähm. Achso, du hast ja jetzt voll, voll Schild, ne? Dann werde ich mir hier mal den LKW auf der Brücke gönnen. Hups. Falsche Seite gelaufen, glaube ich. Ach, weißt du, was ich jetzt vergessen habe? Mhm. Die, die Twitch-App. Ach, für den, für deinen Chat jetzt, oder was? Ja, ja. Hm. Du bist auch erlässlich da. Jetzt ist es. Jetzt muss ich nicht mal nach rechts gucken. Nee, jetzt kann ich dich auch lesen. Guck mal, hier ist ein... Ja, ich mache gerade den LKW, alles gut. Oh, dann nehme ich die. Hi. Let's go. Wollen wir hier diese Flagge einnehmen? Gucken, was hier für Wäffchen rauskommen. Oh, ich bin schon dabei. Komm nicht mal durch die Tür heute durch. Oh, irgendwas habe ich auf links gehört. Wow, 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 wow. Ich habe den überhaupt nicht gesehen. Oh, er ist down. Dahinten laufen noch NPCs rum. Ja, da schießt der andere mit dem. Ich hatte nur was gehört und auf einmal ist der direkt auf meinem Kopf gelandet, die Sau. Warte, wie kräftig. Ich bin schlecht. Warte, wie kräftig. Ich habe keine Munition, Bert, das ist mein Problem. Komm zu mir auf die Brücke, ich sterbe gerade, da hast du eine Masse an Munition. 4, 2, Ich bin nämlich verarscht. Alter, wie viel Koffer haben die? GG, Dough, hat er gut gemacht, der Kollege, ich habe den wirklich nicht ankommen sehen, nicht ein bisschen, vergesst meine Karte nicht, die habe ich schon, bei mir liegt sie da noch, jetzt hast du sie. Fünfmal drum herum gelaufen. Wo ist der Typ jetzt schon wieder hingerannt? Guten Morgen Plumpy. Moin Moin Plumpy. Ahoi. Ich glaube der Typ ist abgehauen, ne? Scheint so, ja. Oder er versteckt sich jetzt erstmal irgendwo. Ich weiß ja nicht, wie gut du ihn maßgenommen hast. Vielleicht muss er heilen und ein Schild aufbauen, oder was? I don't know. Was habe ich gehört? Oh, links. Ah. Die Waffe verzicht wie blöd. Nein, der ist abgesprungen, der ist weggelaufen. Ja. Wow. Na Plumpy, wo warst denn gestern? Danke dir. Das Aiming am Morgen ist er... Ach komm, warte, scheiß findest du dich, ey. Auf der Brücke müssen wir das ganze Zeug von dir rum. Ich will zumindest eine Waffe haben, wenn ich da hinlaufe. Aber ich bin mein Snipergewehr wieder weitig. Das große Snipergewehr ist scheiße. Und die Zone kommt Grün. Ah, shit. Bump, 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 bump. Bump, bump, bump. Ich bin nicht gegen den Strom. Anime suchen, ja, dein scheiß Anime war wieder wichtiger als bei mir im Stream rum zu sein. Der Herr Endo hat sich halt nur wieder reingeschließen. Der Schleicher. Was? Ich dachte, der muss arbeiten. In der Pause mal kurz in den Fortnite reinschnecken, Alter. What the hell? Ah, die Arbeit hätte ich auch gern, du, meine Herren. Null. Kannst doch gleich Feierabend machen. Guten Morgen. Ich frag mich eigentlich noch, wo Prina ist, weil die hat gesagt, ja, ich bin zu Hause. Und direkt zum nächsten. Ja, ich brauch alles eigentlich gerade, Schild, Energie, goddammit. Und mein Mittag ist in meiner Prinzess am Knackigwerden. Wat? Was? Was? Prinzess hört sich an wie eine Mikrowelle oder sowas. Oh, rechts. Das hört sich aber nach einer Aldi-Mikrowelle an. Ich hatte rechts was gehört. Das ist eine Heißluftfritteuse. Eine Heißluftfritteuse. Oh. Oh. Ja, Mann. Wat geht ihr Luxuskonsumenten? Alles sick? Na, meine Tag. Hallo. Das schau ich in den Backofen. Backofen-Pommes. Viel zu viel Strom. Ach, was? Du musst Strom sparen. Sonst sind es auch noch bei Leuten auf der Straße, weil sie rummaulen. Ja. So oft mache ich keine Pommes. Ich habe generell wenig, was ich noch Fritteuse reinkam. Ich habe ein schön Fischstäbchen und lecker Poppes und ich habe noch schön Quark. Nein. Oh, lecker, 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 lecker. Fleißig war ich auch schon. Ich habe schon ordentlich was geschafft. Ich habe noch keinmooten gekämpft. Ich habe noch Ca2 in hook geläuft. Wunderbar. Ach Gott, wir haben wieder den mpc, wo die ganzen an die Granaten wirft. Thekindaufraus. Grenaten, Kevin? Oder was? Mach dich mal voll. Ja, dann ich mache mir das Cover-Know. mit pushe damit zum beispiel und mit gesundheit schon gesagt ich hab nichts woher soll ich was haben du hast doch eben gerade alles mitgenommen als ich gestorben bin die arme sauer hatten da dann wird die scheiß dreck immer muss man sich um seine kinder hier kümmern ich habe auch nur so eine stunde anderthalb geschlafen die nacht weil einfach wieder zu warm war stunde ja eine stunde anderthalb vielleicht ja dann kann ich erst recht nicht schlafen irgendein geräusch bei mir dann ist sowieso vorbei ich bin sehr sehr hellhörig es ist auch schon eine klinik mose oder ja ja warte mal ist das hier gelernt achten da stehen zwei geschütze und der typ ist gerade nach oben geflogen dass uns erst mal irgendwo versuchen zu looten oder so ich will die wir nicht mehr haben alles raus ganze spiel einfach raus ganze spiel neu machen wirklich wird hat er knittert aus sie kann man jetzt wieder nach oben machen weil ich jetzt wieder aufrecht sind nicht bei starfield ach guten morgen die hatten und der weiß abgleich ist wieder zum kotzen ich sehe wieder aus wie ein geist wie lange hast du eine pause dass du meinst du könntest noch mitspielen wenn die runde zu ende ist oder kannst du machen wie du willst in zwölf minuten beruhig meine pause aus dann ist die offiziell beendet offiziell aber ich kann die noch inoffiziell ziehen jetzt liegt hier hat ein flugzeug aus nie groß höre ich nicht ich glaube gerade wieder planlos hin und her und der kämpfe noch wieder planlos sind daher ja ja ohne plan ist immer gut ich hatte aber auch recht mal auf meine arbeit ich habe mir damals die kohle hier heute da waren die gerade bei amazon da kamen die gerade so raus und bis jetzt alles an veranstalten suppen ganze gerichte kannst du dann veranstalten richtig gut ja schon aber ich habe halt keinen platz wo ich sie wieder hin verstauen könnte ich ich habe es nicht so viele schränke die steht bei mir auf dem auf der arbeitsplatz da steht die neben meinem toster steht die weißt du wie groß meine arbeitsplatte ist da kann ich habe ich gerade mal eine fläche neben einem herd wo ich ein bisschen dran rum schnippeln kann links daneben ist mein waschbecken ja das kenne ich ich habe auch eine sehr sehr kleine küche also wirklich klein meine küche ist ein meter 50 auf ein meter 50 einmal ums eck rum ja es ist im prinzip wie bei mir du gehst rein drehst dich um bist wieder raus ja eine person hat da drin platz für zwei wird schon eng absolut ja oh da kommt einer hier oben rechts what the fuck ich habe einfach zu wenig energie gehabt man top 10 top 10 let's go du hast gesagt erst einer waren zwei ja erst war einer nur da ich wusste ja nicht wo sein partner ist der kam dann halt erst die information steinig ihn ähm wohin wollen wir denn äh ja äh ja 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 breck war doch ja aber eine ql xc wird nicht gelöscht auch wenn es wie ein bot klickt enno äh nicht enno ja weiß ich ich kenne ihn ja ich kenne ihn ja alles gut das ist das sind solche idioten und das ist aber genauso wie der andere voll die idiot commander route was für spinner alter nein commander route ist hilfreich ja genau der ist der mit dem tool worüber wir überhaupt unsere liste wieder ordentlich hingekriegt haben der ist der einzige äh äh statistik da landen viele die er einen vp-status hat oh ja hier landen ne menge leute holy shit was äh funktional unbrauchbar ist ich hab nur ne snipe damit kann ich nicht arbeiten doch du kannst damit schießen ja aber nicht nahkampf thank you holy moly okay naja nehmen wir die jetzt kurz why not why not ich mag zwar keine mps aber ich hab mir jetzt das äh cyberpunk addon schon geholt ich fange eh wieder von vorne an weil also blätter das cyberpunk müsste ich mir noch besorgen das zb ein spiel habe ich noch nicht gespielt äh joink joink ja dann können die hier raus und hier hin ich hab nur eine waffe nimm mal nen spiel ja nee wann geht es denn bei dir los heute mittag wieder mit arbeit mhm 13 uhr okay hast du noch bisschen zeit massig also wie bei mir spritzt mich an eliminiere kebab wir müssen kebab eliminieren kebab ist ne gute idee glaub ich holen wir heute nen döner kräfte der kräfte der kräfte der kräfte der kräfte bis zum acht acht sechs stunden arbeiten eine habe nichts hat auf mich geschossen im ja ja sagen sie alle würde ich niemals nicht ich Munizione wow okay Ich bin mal gespannt, wenn ich nächstes Jahr wieder anfangen muss, ob wir dann wieder freitags daheim bleiben. Hast du dann gleich wieder die vier Tage hast, oder was? Ja, schön. Ich meine, ich habe mir eh schon Minusstunden, dann kommt es auf die paar Witzahlmeter drauf an. Wenn jemand einen Sniper haben möchte... Das Blöde ist, wir können dann nicht mal Kurzarbeit anmelden, weil wir ja noch überall Ferienjob und so alles haben. Guten Morgen! Die habe ich eh schon lange nicht mehr gesehen. Also, hier im Chat. Mr. Soldi. So beschäftigt. Ich halte minus 14 Stunden, ist mir auch egal. Ich kotzte ja eh schon an, dass mein Urlaub schon wieder rum ist. Der hat doch erst angefangen. Das geht immer zu schnell, ne? Das geht immer zu schnell. Ich bin voll ausgestattet. Zone kommt. Ja, ich bin schon drin. Ach so. Bin schon drin. Ich musste ja arbeiten, wenn du, oder was? Ich dachte, ich habe einen Schmeißer bei den Schlüsselsymbolen. Hey, guten Morgen, Elli. Die habe ich auch schon lange nicht mehr gelesen. Na, wie geht's dir? So. Munitione. Jetzt entschuldigt man sich schon für was? Was man spielt? What do you mean? Ja. Nee. Oh, bei manchen Leuten schon. Da muss man sich doch nicht entschuldigen, oder? Du bist solche flachgelegen. Bist jetzt wieder gesund. Dank. Zurzeit sind viele erkältet im Sommer. Wobei ich nicht weiß, ob ich letzte Woche auch ein bisschen eine kleine Erkältung hatte. Nase zu, ab und zu mal. Und ein bisschen Husten. Kopfschmerzen. Zum Glück habe ich damit nicht so viele Probleme. Nase zu, ab und zu mal nachts so ein bisschen Atemprobleme habe, oder tagsüber auch. Ob das noch die Nachwürfe von Corona ist. Das ist eventuell möglich, ne? Keine Ahnung. Ah, Pause vorbei. Wow. Hat der Wecker geklingelt. Chef. Der Einer spielt seine Pause. Ich war da in Warten, oder? Ich frage wahrscheinlich dann eher, kann ich mitspielen? Toll, ich habe den Dino getroffen und nicht... Ich habe auch den Dino getroffen. Oh, niedergestreckt. Nice. Hab da jemanden. Dein Essen fertig bist du? Dein Essen auch fertig. Oh, jetzt schieße ich gegen den Baum. Ich trottel. What the fuck? Ich habe ihn einmal getroffen. Come on. Bill, meinen Lauf wird gekommen. Ich treffe den nicht. Hey, ich habe einen Kill. Let's go. Mein Lauf ist krumm. Ich treffe die Leute einfach nicht. Obwohl mein Faden voll genau drauf ist. Wer oder was schießt hier auf mich? Oh Gott, die MP ist ja richtig schlecht. Oh no. Ja, die verzieht voll nach oben. Ja, vor allem hat die so einen Dreier-Burst. Ich mag keine Burst-Waffen. Ich weiß gar nicht, ob man den umschalten kann. Das kann vielleicht sein, ja. Aber wenn, wüsste ich auch nicht, wie. Nee. zu kurz aber für den nahkampf wieder keine schrott finden aber scheiß hier liegt doch eine schrottflinte ich will aber ja ich weiß auch nicht unter uns oder kommen wir denn jetzt so hier kommen wir runter wollen wir mal hier runter oder oder wo ist denn okay dann lassen wir hier entlang laufen du bist schon eine weile wach hast du aber die zeit vergessen er hat mich vergessen muterei ein ist die vom geballert was ist das für ein geräusch guten appetiten meistens so wenn man kocht oder ich stehe noch in freien leben stehen freie aha hast ihn erwischt ah der am baum okay hab ihn down da sehe ich nicht okay sind alle drei weg nice immer diese bot gegner aber doch kein scheiß oder die gleichen anfänger wie die einzigen bot spieler sind wir wir sind bot spieler wir sind die bots wir sind die insel wieder ist das schön diesmal habe ich sogar auf rechts gehört wo die her kamen wohin haust du dich weg warum haust du dich ich kann sagen da tut doch weh hier sind die bot spieler sind 25 wütende affen der name ist auch cool oh mein gott da ist so viel los ich treff ihn einfach nicht ja ich treffe teilweise ich treffe teilweise ich treffe teilweise hab wieder einen down free fire der hat nicht mal bemerkt dass die schüsse von der seite kommen Lul ne die werden alle frei nicht nice hmmm wo ist jetzt der andere the last one oh right there is another one got him once got him twice let's go und der hinter dem baum hinter welchem baum okay wir gehen ein bisschen wir gehen ein bisschen näher ran der enno und icke schauen wir mal ne das ist ich schieße 25 millionen kugeln am gegner vorbei im modus ich glaub immer noch dass meine sniper gewehre alle krumm sind okay ich möchte jetzt endlich mal oh there you go finally get out of here wo ist der typen gelatscht deshalb stehen die bastion reingerannt möglich ja ja wir laufen grad wieder raus aus der zone ne ich weiß okay dass ich da rauslaufe wird schon wieder auftauchen irgendwann spätestens am ende schau wir mal glitschuhlaufen yeah endo steht hier rum und ich glaube weil er am essen ist und er lebt immer noch und er lebt oder und er lebt immer noch oder ich weiß nicht nichts es ist wie heißt ich weiß nicht ich weiß nicht ne Hier liegen noch Sachen rum. Waffen, Munitionen. Alles da. Schlüssel. Ja, ich auch jetzt. Definitiv. Was ist dieser Granatwerfer? Okay. Ja, von den 50 Schuss, die ich auf den Typ geschossen habe, irgendwo aus dem 240, habe ich bestimmt 49 daneben geschossen. Oh, auf der Insel. Ich sehe einen. Right there. Zwei, drei. Right there. Ja, er schießt gerade auf mich. Holy shit. Das sind die wieder, die da oben campen und warten, bis die Zone kommt. Ich weiß nicht, warum meine Crew gegen ihn fliegen. Ich treffe aber nicht genug. Oh, das war gar nicht. Welches ist es? Ich schieße da jetzt nicht drauf, hat eh keinen Sinn. Mit dem Sniper sowieso nicht. Die müssen wir eh sich bewegen. Die Zone geht weiter. Tschüss. Hm. Oh, früche getroffen. Hm. Okay, jetzt brauche ich natürlich wieder Schild und Schild ist genau da, wo ihr steht und ich dann angeschossen werde. Ja, lass wieder was. Wir sind weggelaufen. Ja, ich sehe es gerade. Ich glaube eh, dass dieses Sniper hier, dieses Infrarot-DML auf kurze, eher mittlere Distanzen gut ist. So, da kommt einer rechts oben. Rechts von uns kommt einer runtergeflogen. Ich bin zu spät. Ja, der kommt sobald. Alter, hier war gerade direkt einer neben mir. Vorsicht, da kommt ein Hammer-Typ direkt zu euch. No! Oh, fucking hell. Die Zone kommt ja schon. Die Zone kommt ja schon. Oh, how much you come right here? Yup. Oh my god. Please stop. Uuu, weg you go. Ah, shit. Okay, GG. GG's. Oh, den Endo hat's auch erwischt? Oh, shit. Ah, schade. Wer will doch eh essen. Da oben ist er. Der ist noch direkt da oben. Einer in so einem Katzenkostüm, glaube ich. Er fliegt eh weg. Ja. Zone, Zone, Zone. Ah, wir sind wieder Top Ten. Let's go. Let's go. Dann kann ich mich ja kurz hier drum kümmern. Ja, das ist ein Bot. Bye. Ich habe Querschläge abbekommen oder irgendwas. Hoppala. Copy. Äh. Enholt sich die Krone. Paste. Oh, okay. Du hast Glück gehabt. Okay. Okay, ich gehe mal kurz pullern. Bin da gleich wieder da, ne? Wow. Ich habe gewonnen. Easy. Plein. Go, go. So, yeah. Wow. Ich salve.